Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Just for Fun. Heute spiele ich das Spiel Command & Conquer Tiberium Wars 3. Vielleicht wissen einige Leute das ja schon, vielleicht finden sich gerade hier wieder. Dieses Spiel war mein allererstes Let's Play auf meinem ersten Kanal, den ich außer Senja damals gelöscht hatte und hier wieder einen neuen aufbaue. Ja, Just for Fun nochmal kurze Erklärung. Dies ist einfach ein Format, das ich mal ein Leben gerufen habe und die Spiele, wo ich gerade Bock habe, nehme ich dann auf und gucke, ob ich irgendwie ein paar Challenges oder sonst irgendwas machen kann. Ansonsten war es das eigentlich. Hier kann man eigentlich so gut wie alles machen. Jedes mögliche Spiel kann hier drauf erscheinen und sämtliche Sachen. Aber zunächst habe ich jetzt voll Bock wieder auf Command & Conquer. Aber ich habe mir eine bestimmte Mission ausgesucht, die euch bestimmt bekannt sein müsste von der GDI-Kampagne. Und ich denke mal, wir starten einfach mal die Kampagne. Und da wollte ich voll auf Fortsetzen drücken, denn wir sehen uns dann bei der Mission wieder. Ja, dieses schöne Bild ist doch nicht wunderbar. Osteuropa und die Mission Kroatien. Wer kennt diese Mission nicht? Sie ist selbst auf den Schwierigkeiten leicht, manchmal verdammt schwer hinzukriegen. Und ich bin jetzt ein verrückter Typ und ich werde diese Mission auf Schwer probieren. Ich hoffe mal, es klappt alles. Ich habe auch damals im Let's Play auf Normal gestartet und dort habe ich zwar auch gewonnen. Ich hoffe mal, diese Strategie hilft mir auch in Schwer weiter. Wir werden mal reinschauen. Ach, wer kennt dieses MBF nicht? Das müssen wir uns ja erstmal besorgen und dorthin kämpfen. Und ich hoffe mal, es funktioniert. Da fangen wir direkt nochmal an. Gebäude online. Gebäude online. Keine Zeit verlieren. Das Energieniveau Ihrer Basis ist niedrig. Weisen Sie den Defensivsystem Energie zu, um Nord abzuwehren. Und diesmal mit auf jeden Fall besseren Soundqualität. Weil vorher war das wirklich nur durch die Mikrofon. Das war natürlich nicht perfekt. So. Ähm, da oben. Die beiden wollte ich noch freischalten. Wir lassen erst mal hier das aus. Ähm. So. Dann. Erstmal einen weiteren Sammler. Kann ich das hier mal wieder wegdrücken? Danke. Ja, die Maus lasse ich extra mal. Wir sind bereit. Und zu reichen die Mittel. Und zu reichen die Mittel. Ja. Aber normalerweise habe ich doch 1.000 gehabt. Ach genau. Ich habe die ja verschanzt. Alles klar. Ich realisiere Video-Aplink. Guten Tag Commander. Etwa verlaufen? Hier ist nicht Ihre wertvolle blaue Zone. Das Gebiet gehört uns. Ich sage Ihnen was. Ich lasse Sie durch meine Truppen heimschieben. Und zwar mit den Füßen voran. So, bleibt der zweite Sammler. Ich brauche ihn dringend. So, die haben sich verschanzt. Das ist schon mal gut. Ähm. Bitte. Es muss schneller gehen. Ich brauche definitiv eine Verteidigungsbasis. Okay, dann gehe ich mal nach oben hin. So. Erstmal direkt attackieren. Kommt schon. Und weiter. So. Ist er zerstört? Nein, noch nicht. Sammler wird angegriffen. Ja, gut so. Okay. Das gefällt mir noch gar nicht. Da oben. Ausbildung. Sollte ich schon mal einen Panzer hinschicken. Predator Crew bereit. Den Panzer zurückschicken. Und erstmal. Den ausschalten. Gebäude online. Gebäude offline. Die beiden schon mal anschalten. Okay. Predator bereit. So. Du musst mal vorher eben zurückkehren. So. Das funktioniert. Du kannst zurückfahren. Und zur Basis wird angegriffen. So. Und du attackierst erstmal. Wunderbar. Dann in der Zeit war ich... Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Bin ich doof. Ich wollte sie reparieren. Oh mein Gott. Direkt ein Fail. Wie geil ist das denn? Ich wollte die reparieren, aber... Klick auf das falsche Symbol. Sorry dafür. So. Versuchen wir das Ganze nochmal. Empfange Nachricht. Ja. Die wissen wir. Infanterie-Trop. Äh. So. Jetzt kaufen wir uns diesmal den Sammler. Basisverteilgebäude online. Äh. Gebäude online. Zu wenig Energie. Das finde ich doof, dass man nicht alles freischalten kann. Geheimdienstdaten aktualisiert. Gebäude offline. Das finde ich doof. Auf Empfang. Auf zum Tiberiumfeld. Ziel bestätigt. Panzer hinschicken und... Einheit bereit. Euch. Hier hinschicken. Aha, aha, aha. Diesmal werde ich das wohl anders machen. So. Wird repariert. Hier auf Reparieren klicken diesmal. Wird repariert. Habe ich das richtig ausgewählt. Ja, hör. Wir kommen schonmal zurück. Initialisiere Video-Uplink. Machen wir erstmal ein paar Panzer. Ja, ich hab mich verlaufen. Ist nicht Ihre wertvolle blaue Zone. Das Gebiet gehört uns. Ich dachte. Ich sag Ihnen was. Ich lasse Sie durch meine Truppen heimschiffen. Das werden wir noch sehen. So, komm. Ich will die erstmal hier verschanzen. Damit das hier gesichert ist. Haltet die Waffen bereit. Mit Steuerung erstmal recht den Befehl. Nur so zu einfach. So. Jetzt. Angriff läuft. Angriff läuft. Zack. Jetzt müssen wir so langsam mal. Ich muss aufpassen, dass hier gleich keine. Gebäude offline. Gebäude online. Ähm. Gebäude offline. Gebäude online. So. Wie da jetzt. So. Überall. Unsere Basis wird angegriffen. Okay. Oh. Die sind auch schon zerstört. Ähm. Ausbildung. Ganz viele Trupps hätte ich gerne. Infanterie-Trupp bereit. So. Haben Sie im Visier? Gibt Gas. Schafft Predator bereit. Infanterie-Trupp bereit. Angriff läuft. Zumindest ein Zwei. So. Zerstört. Zerstöre. Ich. Muss mich beeilen. Leute. Sammler. Was macht ihr? Zack. Zurück. L'andere kann sammeln. Machen wir sie fertig. Gebt Gas. Zerstört die. So. Ich brauche. einige Trupps. Die uns weiterhelfen. Hier. Mhm. Halte die Waffen bereit. Beeilung. 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 So. Sie haben noch nicht genug. Du kannst schon mal zurückfahren. Wie sieht es hier aus? Erwarten Sie uns auch bereit. Sieht momentan auch gut aus. Ja, das schwerste ist halt mit dem Tiberium. Ich finde, es ist einfach nicht genug. Es geht auf. Du kannst schon mal wieder zurückkehren. Es dauert für mich viel zu lange, finde ich. So. Okay. Du kannst hier helfen. Ich glaube, schaffe ich das noch nicht zu reparieren? Oh, das sieht gut aus. Sehr knapp gewesen. Dann haben wir ihn noch nicht verloren. So. Die stelle ich hier hin. Beweis. Was hier alles auftaucht. So. Jetzt brauche ich Geld. Ich muss, weil ich, Offline-Teile verkaufen. Verkaufen. So. Bevor ich. Euch weiterbaue. Muss ich euch verschanzen. Jetzt habe ich gleich ein Problem. So. Ihr sollt euch am besten beeilen. Was sogar noch Geld einbringt, sind die Teile. Ja. So. Die Reihe mache ich mal hier. Kurzer Geld. Oh, das ist jetzt doof. So. Komm. Beschützt die eben. Davor die sich hier verschanzen können. Ja, ja, kommt. Haut. Oh, diese Kamikazentypen. Die sind unglaublich. Reicht zum Angriff. Ja, Sir. Ausrücken. Unsere Basis wird anbegriffen. Die sind immer noch aktiv. Tötet sie. Feind in Reichweite. Einheit befördert. Äh. Okay. Oh. Mist. Haltet die Waffen bereit. Infanterie-Traum bereit. Das ist doch nicht wahr hier. Das ist nicht euer Ernst, oder? Einheit bereit. Infanterie-Traum bereit. Verschanzen. Verschanzen. Halte die Waffen bereit. Verschanzen. Schneller, 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 bitte. Infanterie-Traum bereit. Ja, schnell da rein. Da ist noch Platz frei. Melden uns zum Dienst. Infanterie-Traum bereit. Hier hin. Wie sieht's da aus? Präparieren. Infanterie-Traum bereit. Attackieren. Creditor-Kampf bereit. Einheit bereit. Infanterie-Traum bereit. Ich hab kein Geld mehr. Was ist los hier? Läuft das mal langsam hier? Haltet die Waffen bereit. Verschanzen. Einheit bereit. Sandsecke. Komm, gib Gas. Haltet die Waffen bereit. Verschanzen. So, die verschanzen sich. Jetzt sollte ich mal so langsam meine Panzer wieder aufbauen. Sind bereit. Erwarten wir da bereit. Erwarten wir da bereit. Erwarten wir da bereit. So. Erwarten Befehle. Wir sind hier rüber. Infanterie-Traum. Ihr. Einheit wird angegriffen. Meld uns zum Dienst. Jetzt hab ich... Oh, Mann. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wie ich das hast dann? Diese Venom-Gleiter. Die geben mir sowas auf die Nerven. Ausbildung. Komm. Beahlt euch. Ist mir egal wer. BMT-Einsatz bereit. Das bringt mir nichts. Ich brauche hier doch Raketenmänner. So. Los. Behalt euch. BMT-Einsatz bereit. So. Jetzt kann ich das weiter. Zerstört diese Venom-Gleiter. Bevor er mir hier alles kaputt macht. So. Raketenkrupp-Kampfbereit. Du kannst direkt da rein. Ja, Sir. Du kannst direkt da rein. Ja, Sir. Raketenkrupp-Kampfbereit. Komm. Und so reichen der Mittel. Ich weiß. Heid Kontakt. Krabler-Crew bereit. Alles muss hier schnell gehen. Hatscher Division ausrücken. Haben Sie im Visier. So. Zurück. Ziel bestätigt. Nachladen. Einheit befördert. Ich muss euch am Leben halten. Komm. 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 Einheit verloren. Unsere Basis wird angegriffen. Was? 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 Nix hier. Unser Basis wird nicht angegriffen. Das sehe ich nicht ein. Hallo. Da oben ist ein... Da ist ein Venom-Gleiter. Und ihr seht den nicht. Wollt die mich nutzen. So. Du gehst mal da hin. Feindliche Einheiten in sich. Und ihr solltet mal da langsamer die Venom-Gleiter da umnatzen. Predator bereit. Auf Empfang. So. Och. Der hat überlebt. So. Reparieren. Einheit wird angegriffen. So. Eingraben. Predator. Ja, Sir. Sandsäcke. Sandsäcke. Passt. Perfekt. So. Du holst den nächsten. Du gehst reparieren. Du gehst dahin. Motenunterstützung. Ich habe keine... Ich habe nichts mehr. Nein. Du sollst dahin. Erstmal. Unterwegs. So. Erwarten Befehle. Panzerdivision. Ich brauche aber mehr Panzer. Definitiv mehr Panzer. Predator bereit. Predator crew bereit. Erwarten Befehle. Einheit. Das ist rein. So. Straße blockiert. Nehme Alternativroute. Das ist hoffentlich... Ein guter Obhut hier. Jetzt muss ich nur die Verteidigung aufbauen und dann meine... Angriffspatrouille bauen. Wir werden angegriffen. Bereit. Feindliche Einheiten. Ja, das soll jetzt egal sein. Commander, wir sind in der Stadt in einen Hinterhalt geraten. Schicken Sie Verstärkung. So. Das sollte auch noch funktionieren. Initialisiere Video-Ablehn. So, Nord. Der MWF-Verstärkungskonvoi steckt fest. Er wird von Nord-Truppen aufgehalten. Helfen Sie ihm, Commander. Halten Sie Waffen bereit. Empfangende Nachricht. Zerstören Sie die Nord-Barrikade, die unsere Verstärkung in der Stadt aufhält. Ja, das werden wir schon alles tun. Aber alles... ...kommt. Alles kommt. So, Einheit verloren. Das hört sich nicht gut an. Zerstört ihn. Zerstört ihn. Erst ihn. Erst ein Skorpion-Panzer. Oh, shit. Das sieht echt übel aus. So, erst ihn. Also erstmal die Nord-Words. Zurückziehen. Und schieß weiter drauf. Vielleicht... ...schaffe ich es noch. Bau unterbrochen. Panzer. Prädter Crew bereit. Komm, schieß. So, gerettet. Verteidigt. Wunderbar. Prädter bereit. Ihr könnt euch da verschenzen. Einheit befördert. Sehr schön. Momentan läuft alles. Prädter Kampf bereit. Auf geht's darüber. Panzer Division. Prädter auf den Tag. Unterwegs. Dann repariert ihn. Da läuft alles. Hoffentlich. Ich hab... Äh... Hier... ...sollte ich sechs Panzer... ...haben. Ich mach erstmal da oben, weil da oben kamen ja schon richtig viele. Erwarten Befehle. Gegner. Feindliche Einheiten in sich. So. Verstand. Prädter bereit. Jetzt brauch ich nur noch genug Panzer. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Bau unterbrochen. Ja, ich bin dabei. Ich muss mich erstmal hier verteidigen. Bevor ich irgendwas anfasse. So. Wie sieht's hier aus? Du musst dich zurückziehen. Währenddessen du noch angreifst. So. Ihr schafft das schon. Okay, dann... Ja, Sir. Da oben. Du gehst in den Konsum. Okay. Da sind sechs. Wunderbar. Das heißt, die nächsten zwei kommen da hin. Vielleicht kann ich sogar noch einen bauen. Vielleicht sogar noch. Ja, hier solltet... Ja, hier solltet... Kein Problem mehr haben, da oben. So, das war hier diese kleine Buggies. Bei dem Skopienpanzer. So. Ihr formiert euch hierhin. Mit Venom-Gleiter sollte es hier eigentlich auch schon getan haben, sein. Ja, 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 ja. Ich weiß. Alles mit der Ruhe, Mädchen. Alles mit der Ruhe. Predator Crew bereit. Sind bereit. Runter mit dir. Panzerdivision ausdrücken. Panzerdivision ausdrücken. Das läuft. Und jetzt baue ich mir meine Armee auf. Predator bereit. Bau unterbrochen. So. Dazu brauchen wir davon welche. Unsere Basis wird angegriffen. Ausgibung. Davon welche. Einheit gefördert. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Davon welche. Davon brauchen wir noch einen. So. Abgebrochen. Die brauche ich nicht mehr. Feindliche Einheiten in sich. Sind bereit. Predator Crew bereit. Okay, der ist noch. Sind bereit. Untermix. Dann sollte ich mal. Die nächste Frontier. Verkaufen. Arketen drum einsatzbereit. Wir sind ja bis jetzt noch ganz gut verteidigt. WMT einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Das ist eigentlich eine gute Methode. Wenn wir schon eine Abwehr haben. Das läuft auch. Das läuft auch. Wunderbar. Du kannst wieder zurück. Wie sieht es da aus? Du kannst schon mal zurückfahren. So. Rein. Rein. So. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Ja, das weiß ich. Okay. Schöne Skorpionpanzer zuerst. Du gehst zurück. Ziel bestätigt. Predator Crew bereit. Du gehst wieder in der Front. So. Die laufen da rein. Infanterie-Truppe bereit. Einheit befördert. Gut. Einheit befördert. Die Einheit befördert. Ich brauche mehr Geld. WMT einsatzbereit. Definitiv. Ich habe zwar ohne geschafft, aber... WMT einsatzbereit. Irgendwie eine Aufnahme klappt das nicht so, wie ich... Wenn ich es selber schwebe. Keine Ahnung warum. WMT einsatzbereit. Predator. Wir kennen Ihre Position. Haben Sie im Visier? Du kannst gleich schon wieder operieren. Du kannst rüber. Predator Kampf bereit. Panzerdivision. So. Das sollte funktionieren. Melden uns zum Dienst. Okay. Du kannst schon mal da rein. Einheit bereit. Du kannst da rein. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken die Truppen mit den Orden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Ich weiß. Predator Crew bereit. Da kommt jemand rein. Jetzt brauche ich noch ein paar Panzer und dann... Einheit wird angegriffen. ...geht es hier richtig los. Einheit befördert. Erwarten Befehle. Angriff läuft. Nachladen. Nach... Du kommst zurück. Predator Crew bereit. Das passt. Das passt. Predator bereit. Dann kann ich dich eigentlich schon verkaufen. Dich verkaufen. Damit ich dich online schalten kann. Da bin ich schon mal... ...geschützt. Erwarten Befehle. Auf Empfang. So. Erwarten Befehle. Unterwegs. Dann kann ich dann zurück. Die haben dann bessere... ...Anspielen. Auf Empfang. ...Anspielen. Da ist noch Platz frei. So. Ich warte noch ein bisschen. Ich hätte gerne noch... ...was haben wir denn da? Eins. Ein Panzer. Nee, das ist mir... ...das ist mir... ...ungeheuer. Ungeheuer. Hierbei ein Druckzug. So. Ihr haltet Stellung. Lass ihn mal bitte durch. Dankeschön. Ja, ich weiß. Ich weiß. Alles mit der Ruhe. Ich werde schon... ...alles geregelt haben. ...feindliche Einheiten in sich. Vorsicht mit ihr Zeichen. So. Das ist... ...einheit befördert. Okay, ganz ruhig. Gehe jetzt nach oben. Angriff läuft. Angriff läuft. Wunderbar. Ihr könnt wieder zurück... ...auf eure Front. Predator-Panzer. Und jetzt... ...fange ich an. Los, los. Ich hoffe... ...es klappt. ...einheit wird angegriffen. So. Das dauert natürlich hier... ...wenn die da... ...ankommen. Kann man die irgendwie... ...schon attackieren. Tötet sie. Bevor sie irgendwas... ...einrichten können. So. Hier da rein. Hier da rein. Ja, fahrt doch. Ihr sollt einfach nur fahren. Schade, dass man nicht... ...andere... ...noch mehr Befehle geben kann. Da rein. Anreifen, anreifen. Weiter, weiter, weiter. Das ist das Ziel. Komm schon. Ich weiß, dass ihr es schafft. Gebt Gas, gebt Gas, gebt Gas. So, ich gucke mir eben kurz hier an. Und zurück. Das sieht gut aus. So, jetzt hier. Angreifen. Gebt Gas. Rein mit euch. Und angreifen. Gebt Gas, gebt Gas, Leute. So, das noch. Und dann könnt ihr hier gerne aufräumen. So, gut kommt es hier hinten hin. Du bist der Einzige, der uns noch helfen kann. So. Jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Und ihr könnt jetzt schön... ...aufräumen. Geh mal hier hinten hin. Lass ihn mal. Nein, 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 nein. Tötet sie. Tötet sie. Fein. Geh zurück. Geh zurück. Ich will jetzt... ...mir das holen. Nein. Ein blöder Shadow. So. Okay, dann hole ich mir einen neuen. Einheit wird angegriffen. Bau unterbrochen. Ausbildung. So, ihr... ...geht... ...hier hin und zerstört das schon mal. So, jetzt habe ich das eingenommen. Jetzt habt ihr gar keine Chance mehr. Jetzt kann ich mich schön... ...hoch pushen. Du kannst das... ...das... ...zerstören. Ja, ich weiß. So. Jetzt sieht es hier aus. Zurück. Das sollte ich natürlich auch nicht außer Acht lassen. So, Attacke. Nachladen. Passt. Perfekt. Rein mit dir. Du kannst auch mal nach unten. So. Los. So. Packt er alles. So, kommt. Da unten sind noch eine Welte. Sind bereit. Panzerdivision ausdrückt. Da hin. Die haben jetzt gar keine Chance mehr. Erwarten Befehle. Du gehst rein. Feindkontakt. Gehst auch rein. Sie bestätigt. Sind bereit. Ihr geht da hin. Erwarten Befehle. Geht wieder zurück. Ihr kommt zurück und repariert sich. Auf Empfang. Einheit befördert. Ja. Funktioniert. Wo ist mein... BNT mit dem Ingenieur. Komm mal bitte hier hin. So. Ach, wow. Das geht jetzt nur noch so. Können Sie kampfbereit. Ich warte noch. Ja. Die Entsatztruppen der Schiedi Eischten unter Schuss. Ja, gut. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt. Um Ihnen zu helfen. Wie wär's damit? Wenn ich versuche jetzt da mit der Truppe anzutreten. Aber siehst du mir. Ich kann ja versuchen. Es. Es zu reparieren. Schnell. Bevor die es töten. Oh. Oh, dieser Shadow. Auf Empfang. Okay. Hm. Es funktioniert noch nicht so ganz. Vielleicht sollte ich... ...mehrere. Leute, Leute, zurück. Zurück. Komm, komm, komm. Oh, schon direkt... ...kommt zurück. Alles bereit. Einsatzziel erreicht. Das... ...war knapp. So. Ihr könnt euch hier... ...verstecken. Danke für die Hilfe, Commander. Jetzt aber schnell zur Basis. Oh, cool. Das hat sogar geklappt. Empfange Nachricht. Wunderbar. Es kann nur mit einem intakten MBF wieder aufgebaut werden. Eskortieren Sie es zur GDI-Basis zurück und errichten Sie einen Bauhof. Dankeschön. Das habe ich auch vor. Einheit wird angegriffen. So. Das GDI-Verstärkungsteam steht jetzt unter Ihrem Kommando. So. Ist das Gebiet sicher? Komm, komm, komm. Neues Bonus-Ziel. Bringen Sie unversehrt zum Bahnhof. Bis... ...Bauhof. Einheit wird angegriffen. Du bist zurück. So. Ihr zwei. Wir fahren zurück. So. Wie sieht es hier aus? Das haben wir schon mal repariert. Aber sollte nicht das Problem sein. Hier sieht es denn da oben aus. Das Haus macht mir noch ein wenig Schwierigkeiten. Das ist ja auch alles endlich frei. Ich hoffe mal. So. Wir sollten das mal attackieren. B.C. Du fährst weiterhin hier hin. Ingenieur Einsatz bereit. Du da rein. Du rein. Dann hoffe ich mal, dass das klappt. Unversehrt hoffe ich mal. Sollte doch klappen. Ob es zerstört ist. Warum greift ihr nicht an? Das verstehe ich nicht. Haben Sie im Visier? Einheit bezahlt. Angriff läuft. So. Umgreifen. Feindkontakt. Kanzler Division ausrücken. So langsam. Machen wir schon Sorgen. So. Wo sind die? Sind die drin? Okay. Kommt her. Da ist noch was ihr zerstören könnt. Komm mal hier vorne. Zerstört mal. Zerstört mal erstmal die hier. Wir brauchen Silos. Das glaube ich. Irgendwie. So. Ihr. Seid da. Wunderbar. Da ist noch jemand. Es geht hier langsam zum Neiger. Das gefällt mir nicht. So. Gibt Gas. Ich nehme direkt erstmal die Basis ein. Unterwegs. Hm. Okay. Vom Sterne. Der repariert sich jetzt selber. Das ist schön. Wie sieht es hier aus? Dann kommt mal hier. So. Nein. Zurück. Rein. Werd ich noch angeschossen. Und? Ja. Perfekt. Sehr schön. Einheit für Angegrüßen. So. Jetzt geht es hier richtig rund. Jetzt kann ich das hier einfach alles zerstören. Auf sich anbieten. So. Das sollte jetzt auch vorhanden sein. Zurück. Klappt der besser als gedacht. Er kommt dahin. Und du kommst dahin. Auf Empfang. Verstanden. Jetzt baue ich erstmal alles. So. Wie es sein sollte. Fünf. Bau abgeschlossen. Dann. Das MBF wurde erfolgreich zur GBI-Basis eskortiert und kann nun stationiert werden. Komm mal her. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauazier. Rein mit dir. Die Bruderschaft vertraut. Ich weiß. Mir vertraut sie auch. So. Dann. Brauche ich erstmal. Wird gebaut. Ah ne. Kraftwerk kriege ich ja gleich. Die Bruderschaft vertraut mir. So. Arbeiten wir zusammen. Da rein. Und jetzt erstmal. Zack. Das erreicht. Äh. Laser. Das. Ja gut. Wenn die nix sagt. Auch interessant gemacht. Da war wohl irgendwas nicht in Ordnung gerade. So. Ihr geht da rein. Und du gehst da rein. Warte mal. Der geht auch da rein. Arbeiten wir zusammen. Sammler wird angegriffen. Gebäude eingenommen. Neue Bauoptionen. Dann kann ich hier. Sowas hinbauen. Feindliche Einheiten in sich. Sowas hinbauen. Wird gebaut. Dann baue ich noch. Davonwälte. Gebäude eingenommen. Dann kann ich mir ein Geschäft. Geschäftsband. Gebaute habe. So. Dann. Eine Waffenfabrik. Aufwärmtag. Dann. Ich muss mich hier auch hier verteidigen. So. Wird gebaut. Wird gebaut. Äh. Jetzt auch schon noch. Bauarbeiten auf. Okay. Kann ich ja nicht. Bau abgeschlossen. Zack. Neue Bauoptionen. Technologie. Wird gebaut. Jetzt geht es hier richtig rund. Predator. So. Hier sieht es aus. Bau abgeschlossen. Hm. So. Kaleisertürme noch. Feindliche Einheiten in sich. Hier hin. Und werden die mal repariert. Wird auch mal Zeit. So. Sollte jetzt eigentlich alles in Ordnung sein. Nehmen wir noch den. Verstehen. So. Dann ist auch die Seite wieder in Ordnung. Und jetzt. Sollt ihr. Einfach mal. Lass mal hier unten auch mal hier was verteidigen. Mit sowas. So. Du wirst repariert. Und ihr werdet dann gleich. Ist so. Hier hin. Ah ne. Hier muss man ja. Genau. Hier muss man ja anders handeln. Jetzt muss man einen Transporter. Anbieten. Okay. Das werde ich auch noch hinkriegen. Einheit verloben. Einheit wird angegriffen. Wie sieht es da aus? Da sieht es auch noch alles gut aus. Mhm. Mhm. Ich bin zufrieden. Besser. Ich. Besser als gedacht. Es hat alles funktioniert. Das gefällt mir sehr. So. Dann brauche ich erstmal Geld. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Neue Bauaktionen. So. Die kriegen erstmal hier die Wellguns. Und das andere Technologiezentrum baue ich gleich direkt daneben. Sehr schön. Die Venom-Leiter von dort drüben können wir nichts mehr anhaben. Ich bin jetzt geschützt. So. Da haben wir einen Sterne-Typchen. Nachladen. Angriff läuft. Da sollten wir mal wieder reparieren. Die sollten wir es auch schon alleine schaffen. Dann sollen sie ein bisschen zurückziehen. Nein. Das war da falsch. Einmal. So. Zack. Neue Bauaktionen. Was haben wir denn hier? Laserkanonen. Aber momentan nicht. Also momentan mag ich meine Panzer. So. 500 Transport. Aber glaube ich nicht für alle. Da muss ich noch ein bisschen warten. In der Zwischenzeit baue ich mir noch einen Sammler. Da sind noch ein paar Venom-Gleiter, die mir auf die Nerven gehen wollen. So. Du. Gehst mal nach hinten. Und sammelst mal die zwei Teilchen hier auf. Keine Ahnung, was das für Kisten oder sonst was ist. Vielleicht ist ja was Gutes dran. Ja. Okay. Sammelt ihr den auch noch ein? Wunderbar. 1000. Und. Okay 1000. Dann kannst du wieder zurück. So. So. So, für wen habe ich jetzt alles angefordert? Das geht noch nicht. Wie viel Geld brauche ich? Sagt die wieder, wir brauchen sie los. Okay. Wie viel Geld brauchen wir? Ach, nein. Ich brauche ja Dingens noch. Ich brauche doch hier, ja, sowas. Wird gebaut. Ja, natürlich. Oh, man, bin ich doof. Ich brauche ja so eine Landerplattform. Sonst kann ich ja gar nichts. Wie groß ist das eigentlich hier jetzt schon? Naja, nicht sehr groß. Einheit wird angekündigt. Dann brauche ich sie hier hin. Was ist hier los? Wer macht hier Stress? Oh, jetzt kommen so... Äh, wie heißen die? Ich habe keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall irgendwas Böses. Jetzt kann ich euch anfordern. Kriege ich euch alle mit? Ah, ne. Oder? Ah, nicht ganz. Zwei Stück fehlen noch. So, gefordere ich natürlich auch an. Und dann... Machen wir das so... Dass ich euch hier hinschicke. Aber die fliegen, glaube ich, da drüber. Das soll nicht so sein. Erstmal da hin. Bevor irgendwas Falsches läuft, ne? Die wollen ja nicht, dass sie direkt zerstört werden. Dann versuche ich mal dort... Ach, hier, der Panzer macht hier alles alleine. Ach, die Railgun sind upgradeet. Sehr schön. So, dann... Ladet die mal da oben ab. So, du kommst natürlich mit. So. Erstmal direkt hier so ein Ding hinsetzen. Hier kommt auch noch hin. Du kommst hier hin. Ausstieg bereit machen. Was ist hier los? Ah, da kommt... Ah, Venom, Alter. Okay. Nein, 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 nein. Ihr wollt... Ihr solltet... So, dann Aufmarsch. Zerstört alles. So, die hier. Ist ja schon immer bitte die ganzen Venom... Gleiter. Ihr sollt das zerstören. Ihr sollt das zerstören. So, Tarnfeld. Einfach alles kaputt machen hier. Hier wird nichts übrig gelassen. Okay, da oben. Da stört mich. Hier stört mich auch. So. Ja, zerstört die erstmal hier. Flammenwerfer. Komm. Zerstört die. Ich hab vollen Vertrauen zu euch. Komm, zerstört die alle. Okay, das hat nicht so ganz geklappt. Schade. Dann sollte ich mir ja mal... ...ein paar Skorpion-Panzer herstellen. Und wieder ein paar Predator-Panzer herstellen. Schade. Naja, das ist jetzt gerade nicht aktiv. Aber wäre schön gewesen, wenn ich das... ...vom ersten Anschlag schon gewonnen habe. Gewonnen hätte. Ja, komm. Verzerstört die. Und weiter. Und weiter. Ihr habt jetzt keine Chance mehr. So. Gibt's immer für die Skorpions. Wir stücke alle Raiders, Skorpion-Panzer... ...mit Laser-Kanon. Unzureichende Mittel. ...klar. Dass ich sowas jemals hören werde. Sammler wird angegriffen. Äh, 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 äh. Haben hier alles. Skorpion ist bereit. Okay, ich hab den ein bisschen falsch gedreht. Aber okay. Das soll ja egal sein. Einheit befördert. Hier zerstört uns. Wunderbar. Aha. Dieser Buggy da oben. Versucht gerade mein... Ach, guck mal. Was macht der denn hier? Versucht gerade mal meinen Sammler zu zerstören. Verstanden. Einheit wird angegriffen. Schlagen wir los. Äh, dazu brauche ich auch von denen. Wird gebaut. Eine Landeplattform. Unsere Basis wird angegriffen. Dann sollte ich nochmal ein Kraftwerk herstellen. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Bau unterbrochen. Jetzt muss ich warten wieder. Es ist ja so üblich in diesem Spiel. Immer warten. Und dann werdet ihr fertig gemacht. Da glaubt mir mal. So, wenn wir da schon hier auch was haben. Sollte ich die auch mal versuchen zu produzieren. Die stelle ich einfach mal hier hin. Neue Bauoptionen. Und die da hin. Vertigo Bomber. So heißen die. Ausbildung. Davon welcher. Und davon welcher. Orca bereit zum abheben. So, war hier nicht irgendwas mit Venom? Im... EMP? Raiders? Okay. Bestücke alle Skopie Panzer mit... Oseer-Schaufeln. Oder... Ne, Dozer-Schaufeln. Ermöglicht die Räumung von Minenfelder und... Okay. Nehmen wir. Nehmen wir doch. Aktiviere die Signatur-Generatoren. Alle Venom-Gleiter erscheinen auf den... Feindlichen am Radar als Armee. Hm. Interessant. Aber Raiders habe ich nicht. Könnte ich eigentlich auch herstellen. Mörser brauche ich nicht. Firehawks habe ich nicht. Ermöglicht Orcas den Einsatz von Sensoren halten, um... Den Nebel zu lichten und... Okay. Das nehmen wir auch. Aber was ist mit unseren Sammlern? Was ist los hier? Grüne Felder. Grüne Felder, ja. Dieses Land ist weich. Dieses Land ist weich. Was ist hier los? Panzer-Division. Panzer-Division. Hier läuft ja gar nichts. Außer Tiberium. Okay. Das ist alles fertig. Da kommt ein Vertigo-Bomber. Aber... Nicht mit... Mit keinem Erfolg. Verstärkung bereit. Auf Empfang. Verstärkung bereit. Okay. Hahaha. Ich glaube die Venom... Bau unterbrochen. Gleiter sollte ich mal abbrechen. Das sollte ich auch mal erstmal abbrechen. Das ist abgebrochen. Das ist auch abgebrochen. Dann muss ich jetzt erstmal abwarten, bis hier alles... ...im Forschungslabor... ...und im Technologiezentrum... ...erforscht wurde. Okay. Das kann natürlich wieder dauern. Wer hätte das gedacht. Feindliche Einheiten in sich. So, du... ...gibst einfach mal Tiberium ab. Sehr schön. Upgrade abgeschlossen. So, das ist jetzt mal der erste... ...das sind die Skorpion-Panzer, ne? Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube der Laser hier... ...der ist neu. Apropos. Das interessiert mich... ...interessiert mich jetzt mal. Red ich mal zum... ...genau. Genau so... Ja, bleib mal so stehen. Ich will jetzt sehen, wie das aussieht, wenn... ...diese Technologie abläuft. Wo ist denn das hier? Oh, da. Okay, jetzt muss ich warten. Wo bist du? Da bist du. Das interessiert mich mal. Ich... Ne, Bild kann ich nicht drängen. Leider. Muss ja irgendwo hier... ...befestigt werden, oder? Das interessiert mich jetzt. Komm. Ich habe es gleich geschafft. Warte mal, das brauche ich gar nicht. Und Reder Buggy brauche ich auch nicht. Ah, so. Alles klar. Einfach nur nice. Jetzt... ...baue ich... ...mir... ...da von welcher. Okay, Reder Buggy sind zwar billig, aber... ...die sind auch... ...zunächst zu gebrauchen. Dann seid ihr noch da. Und dann sollte es eigentlich... ...machbar sein. Skorpion ist bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Wenn ich... ...diese Elite-Truppe... ...erwarten Befehle. ...dabei habe. Und... ...diese Elite-Truppe. Panzerdivision ausrücken. Vielleicht schaue ich das noch mit ihm. Genau, macht ihn den Weg frei. Okay, du warst jetzt im Weg. Okay, das klappt. Ziel wählen. So, ihr kommt da hin. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Was ist das? Gibt das nicht. Hier gibt es keine unzureichenden Mittel. So. Kann ich irgendwie was zerstören? Ich glaube weniger. Wie viele Sekunden... ...bleiben mir noch übrig? Ich habe keine Ahnung. Steht leider nicht dran. Wäre ja zu schön. Aber dann war ja klar, dass hier diese Teile gibt. Ähm... Was ist das, wenn ich das versuche zu zerstören? Komm. Ja. Okay, nicht ganz. Ach ja, ich sollte ja mal... ...trotzdem... ...ne, ich muss Buckys konstruieren. Weil die können auch noch... ...ähm... ...von oben... ...ja, Flugeinheiten auch zerstören. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Wenn ich hier die... ...IMP-Spulen... ...mal besetze. ...wie ist der Plan? Panzerdimision. So. Skorpion ist bereit. Es gibt es immer und immer mehr... Aufmerkant. Unterwegs. Also dabei ist nichts. Auf zu den Kristallen. Kann halt sein, dass ich jetzt nur noch... ...einen Sammler habe... ...von der GDI. Luke geschlossen. Ich glaube schon. Jetzt habe ich drei Sammler. Okay, eigentlich... ...eigentlich habe ich gedacht, ich hätte die ganze Zeit... ...vier Sammler. Aber es war doch nicht der Fall. Der Sammler wird angegriffen. Der Sammler wird angegriffen. Ja, dann sollte ich mal was tun. Jetzt habe ich gerade die weggeschickt. Die gut geeignet dafür sind. Kann ich hier irgendwie schon... Oh, ne. Jetzt habe ich gar kein Geld. Okay. Unzureichende Mittel. Ja, ich weiß. Das ist irgendwie neuerdings... ...Standard. Mach ihn kaputt. Mach sie kaputt. Aber... Das sieht so geil aus. Räuchte mal an. Tchum. Tchum. Und jetzt. Geht das nicht mehr weiter. Schade. Einfach nur genial. So, der repariert. Und hier unten haben wir die. So, jetzt traue ich euch mal aus. Ihr zwei kommt hier hin. Ihr zwei geht da hin. Einheit wird angegriffen. So. Nein, ich wollte gerne drei auswählen. Die drei kommt hier hin. Und hier kommt zurück. So. Und hier kommt nämlich hier unten hin. Panzerdivision. Und hier kommt da hin. Wir tauschen jetzt einfach mal die ganz geilen... ...mit den Noobs. Dann kommst du da hin. Du kommst dann auch da hin. So, jetzt muss ich warten, bis ich wieder Transporter anfordern kann. Nein. Da. Einmal ihr. Zwei. Ihr fünf. Komme ich auf zwei. Mach das einmal. Okay. Das ist okay. So. Dann kommt ihr mal hier hin. Dann versuche ich da oben alles einzunehmen. Ihr seid da. Und dann sollte die Mission so langsam auch mal fertig werden, ne? Finde ich auch. Das größte Teil, also den schwersten Teil, habe ich jetzt hinter mir. Aber ich will die Mission auch noch zu Ende bringen. Und dann ist das auch soweit vorbei. Hier, da komme ich ja gleich leicht hin. Ich will erstmal da oben alles platt machen. Einheit wird angegriffen. Ja, sollt jemand angegriffen werden. Nachladen! Kein Kontakt! Ihr schafft das auch schon. Ohne Sternchen. So. Jetzt... Kann ich nicht alle anfordern, sofort? Ich kann nicht in sich. Das anfordern. Anfordern. Wie lautet der Plan? Und weiter kann ich nichts. Was ist mit dir los? Ich häng sie alle ab. Ja, und du hängst da gerade rum. Wie willst du die alle abhängen? Jetzt brauche ich noch Geld. So, jetzt noch ihr. Und dann habe ich es geschafft, so. Aber ich muss noch warten. Bis wieder Geld einfließt. Ach, du kannst ja auch gleich mal... Du kannst ja gleich auch mal mitgehen. Warum denn nicht? Wie sieht es mit denen hier aus? Die schillen noch. Ich kann nicht anfordern. Anfordern. Jetzt mache ich das irgendwie einzeln. Verstärkung bereit. Was versuchst du da, hä? Du wettige Bomber. Was versuchst du? Carry all unterwegs. Carry all unterwegs. Immer weniger. Glaube ich... Wissst du, warte, ich versuch das mit der Truppe? Schaffe ich das irgendwie hier komplett? Warte mal. Komm mal hier hin. Schaffe ich das? Euch alle aufzunehmen. So, du. Dahin. Du auch dahin. Und du auch dahin. So, den Rest. Erst mal dahin. Oh, kommt schon Leute. Nein, 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 nein. Das war ja zum Glück jetzt nur ein Buggy. So, hier. Ziel wählen. Oh Mist. Das klappt nicht so ganz. Oh, was ist mit dir? Du armer Predator-Panzer. Du musst repariert werden. Was ist hier? Du auch. Alles klar. So. Das hat nicht ganz funktioniert. Die müssen erstmal langsam weg. Was ist hier mit denen? Hallo? Ich kann den gar nicht anklicken. Einheit befördert. Wir sind bereit. Skorpion-Panzer. Dann los. Wir werden uns zielen. Attacke. Sowas wie Venom-Gleiter hab ich gar nicht, ne? Ne. Attacke. Ich brauche nur die zwei Satten hier zu zerstören. Zerstört alles. Das ist das Wichtigste. Kommt schon. Kommt. Ihr werdet es schaffen. Ich vertraue euch. Und jetzt noch das. Ihr seid Fünf-Sterne-Elite. So. Jetzt könnt ihr von mir aus auch freuen. Aber das bringt mir nichts. Weil ihr von dem Venom-Gleiter-T-Shirt wiert. Ich hab sie geopfert. Aber ihr habt einen guten Job getan. So. Jetzt heißt es. Weitere Panzer zu produzieren. Und. Was ist denn mit dem her? Der ist irgendwie hier verbuggt. Kann das sein? Ja. Das bringt mir nichts. Komm. Zerstört ihn. Zerstöhe ich ihn noch. Komm. Das schaffst du noch. Reifen an. Ah. Schade. Ja. Hier kriegt ihr noch Minenfeld ab. Dann habt ihr alles. Und dann so. Ihr geht jetzt da hin. Jetzt machen wir den Schlussstrich. Hoffe ich mal. Er kommt auch noch da hin. So. Kann ich alle auswählen? Wir sind bereit. So. Los geht's. Ihr werdet uns nicht klein kriegen. Hoffe ich mal. Attackiert sie. Das muss zerstört werden. Dann gib Gas. Kommt. Zerstört ist mir die Laserkanonen. Kommt. Kommt zu schnell erstmal direkt das. Dann können sie nichts mehr bauen. Zerstört alles. Ich habe versucht irgendwie. Was zu zerstören. Mir ist es egal. Ich will die Mission hinter mir bringen. Attacke. Ihr schafft es. Okay. Macht erstmal das hier. Dann habt ihr weniger zu tun. Kommt. Kommt. Tarnfeld. So. Ihr habt keine Chance mehr. Das sieht aus. So. Ihr kommt nämlich auch da hoch. Alle Einheiten. Sofort. Nach oben. Jeder einzelne. Der noch übrig ist. Oh ja. Kommt. Anvisieren. Zerstören. Attacke. Vernichten. Da. Vernichtet erstmal das da. Dann kommt gar nichts mehr. Und das war's dann. Okay. Er versucht die gerade noch weiter zu töten. Zack. Vernichten. Die wahre Macht. Werdet ihr jetzt zu spüren bekommen. Not. Und das war's. mit dieser. Folge. Just for fun. Und mit dieser Mission. Kroatien. Die Schwierigkeit. Schwer. Ich hoffe euch hat es gefallen. Mir hat es auch wenig gespannt. Weil. Es endlich geklappt hat. Das. Zu erreichen. Wunderbar. Und hier kommt das schöne. Bildchen. Von. Na. Kommt. Nein. Was ist das da? Da seh ich noch was. Ich. Glaub es nicht. Ich. Glaub es nicht. Ich seh. Nein. Es war noch. Es ist noch nicht vorbei. Anfordern. Unterwegs zur Zielkoordinat. Ich brauch Geld. Gebt mir Geld. Ah Mist. Ich brauche. Geld. Geld. Ah verdammt. Ich dachte. Es ist vorbei. Ich seh gerade auf der Karte. Das da noch was ist. Nein. Nein. Es tut mir leid. Ich hab mich versprochen. Skorpionpanzer. Es ist noch nicht vorbei. Das hab ich gar nicht gesehen. Ah da sind noch Venom-Gleiter. Aber ich hab noch paar. Leutchen die mir helfen können. Ja. Du kommst rein. Komm schon. Ich brauch nicht mehr viel. Nur so. Ein paar Tausende. Okay. Das könnt ihr gerne zerstören. Oh. Jetzt kommen sie. Ja das sind eh die letzten Venom-Gleiter die da noch kommen. Was wollt ihr? Wollt ihr was auf die Schnauze? Komm. Zerstört die. Ziel wählen. Nähere mich der Landezone. Komm. Was wollt ihr? Hm. Wollt ihr noch ärgern? Die Mission ist eh so gleich so gut wie gewonnen. So. So. So ihr. Geht schon mal auf die Position. Ihr. Ah shit. Muss gleich nochmal anfordern. Vielleicht schaffe ich das auch sogar ohne den ganzen. Ach das ist mir jetzt eigentlich egal. Oh komm. Zerstört ihn. Zerstört den Rest. Und rein. Kommt. 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 Diesmal werden wir es aber jetzt schaffen. Bitte. Gib Gas. Feindliche Stützungen in sich. Da sind ein paar schöne Elite dabei. Feindliche Einheiten in sich. Feindliche Einheiten in sich. Feindliche Einheiten bestätigt. Wird ich davon vernichtet eigentlich? Nein. Wir kennen ihre Position. Komm. Zerstört die. Das sind so die letzten Einheiten. Greife an. So. Jetzt. Jetzt ist es aber vorbei mit dieser Folge. Ich dachte. Ich dachte. Da kommt es gleich. So. Die letzten Venom-Gleiter. Die sind auch futsch. Das müssen wir aus Nahen anschauen. Wie wir sie zerstören. Diese Truppe. Sind die Besten. Und damit haben wir gewonnen. Endlich. Ist es soweit. Die schwerste Mission. Auf den schwersten Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Oh. 32 Minuten. Das werde ich gleich mal nachschauen. Aber ich glaube nicht. dass es so kurz ist. Wir sehen auf jeden Fall uns beim nächsten Mal. Da. Schwierigkeit. Schwer enthüllt. Goldmedaille erhalten. Wow. Und. Nicht alle Bonussi lauern. Alle Defensive. Das müssen bis zum Ende eintreffen. Ach so. Na egal. Ich habe Gold. Das ist mir wichtig. Also. Bis dann. Und. Ciao. Ciao.